No Shave November, auf jeden Fall gut am passieren gerade. Hi na, kleines Art Endons mit dem kleinen Video gestern auf NosterafuTV, auf dem Hauptkanal. Falls ihr das nicht gesehen habt, solltet ihr das vielleicht nachholen, um gleich da Taten folgen zu lassen. Aktivität und so auf den Kanälen. Hier kleines Update und vielleicht eine Frage, keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich und auch ein paar andere haben ja schon gesagt, dass es einfach vielleicht ein bisschen zu viel ist mit den ganzen Kanälen. NosterafuTV, Nosterafakt und Nosteraforz sollen so echt die Hauptdinger sein. Ich habe dann aber noch meinen anderen Kanal, Robben Nosterafu, The Best Channel of YouTube zum Beispiel. Da habe ich jetzt irgendwie vor zwei Wochen oder so ein Video hochgeladen, wo ich dachte, gut, das passt jetzt vielleicht nicht auf Nosterafakt, aber ich haue es jetzt einfach mal hier raus, keine Ahnung. Ist halt ein Lied, was ich spontan geschrieben habe, was ich eigentlich ganz lustig finde. Ich schneide das jetzt hier hinten an dieses Video nochmal hinten dran. Und der Plan ist einfach, dass sich hier auf Nosterafakt, dass sich das noch ein bisschen mehr öffnet. Und falls ihr da, also falls ihr sagt, okay, das geht gar nicht, dann halt nicht. Aber eigentlich finde ich, okay, keine Ahnung, es ist halt, was ich mache. Und das interessiert euch ja in der Regel auch. Und das Google-Lied habt ihr ja auch gefeiert. Und wenn ich dann zurzeit ab und zu mal ein Lied schreibe und da Bock drauf habe, ich finde das halt einfach ganz lustig, dann warum nicht dann auch vielleicht auf diesem Kanal hier so. Weil, also Nosterafakt TV soll auf jeden Fall bleiben, wie es ist, so mit Pranks und Outtakes sind da auch. Aber so in der Richtung und hier soll einfach, weißt du, alles, was so nicht auf den Hauptkanal passt, dann halt hier rauf. Und ja, Nosterafakt Trash weiterhin, die drei Kanäle so. Das heißt jetzt nicht, dass ich, weil der andere Kanal hat ja auch ein paar Abonnenten, der wird halt nicht einfach gelöscht oder so. Keine Ahnung, was ich damit mache. Aber einfach, was ich da gemacht habe, halt Lieder, auch mal ein Gedicht oder so oder auch mal irgendwie kritische Videos YouTube gegenüber oder was ich in dem Nosterafakt TV-Video gestern angesprochen habe, so dieses Gefühl von Fremdschämen und so. Und halt einen Beitrag dazu machen, könnte man halt alles auf dem Kanal hier machen. Und ich denke mal, das ist auch cool für euch. Ich hau das Video jetzt einfach mal hinten dran, das Lied, meine Abhandlung über Tourette. Und ja, sagt halt, ob das gar nicht geht für euch. Aber ich denke mal, ihr findet das cool, weil Google-Song kam ja auch super an. Und ja, das ist so der grobe Plan. Einfach ein bisschen öffnen. Und wenn ich dann mal wieder irgendwie in irgendeinem Line-TV oder irgendeine Dagi Bee Scheiße mache und ich mich darüber ein bisschen auskotze, was ich normalerweise halt auf diesem anderen Robin Nosterafakt Kanal gemacht habe, das dann in Zukunft hier passiert, dann ist das, denke ich, okay so. Einfach nur, weil ich finde das dumm, dass irgendwie mich irgendwas hemmt, irgendwas zu machen, weil ich denke, das passt jetzt auf den Kanal eigentlich nicht so. Halt draufgekackt, ne? Nosterafakt, fuck it, so. Nosterafakt war übrigens die erste Idee für den Kanal. Egal, ich labere jetzt schon wieder viel zu viel. Ich hau jetzt das Lied hinten dran und ja, sagt mir, was ihr dazu sagt. Und dann sehen wir uns in baldiger Wälde mit neuen tollen Sachen. So Pick-Up-Lines und so, alles geplant. Wird die nächsten Wochen hoffentlich so passieren. Also freut euch. Ich war in der Klinik, es ist nicht angenehm. Ich habe ein kleines Voyeurismus-Problem. Ich sah eine Tür, auf der so'n Zettel prangte. Selbsthilfegruppe für Tourette-Erkrankte. Als ich die Augen in meinem Rausch zu kniff, startete ich einen Lauschangriff. Ich bin Torette-Erkrankter-Auktionator. Meine Freunde waren auch schon mal. Die Ficker konnten sehen, was ich entlassen bin. Denn bei der Auktion hab ich voll nass geschrien. Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten. Verkauf an die Fatze, die dicken Titten. Meine Fiese fressen mit dem Auktionshammer. Danke, ich weiß Bescheid. Der nächste Redner ist bereit. Ich bin Torette-Erkrankter mit Sozialphobie. Mit meinen Freunden herrscht Harmonie. Weil ein anderer Mensch mich ja eh nie sieht. Ich lebe zurückgezogen wie ein Giremit. Und wenn man mich betrifft, bin ich total verklemmt. Ich möchte reden, doch bin so sprachgehemmt. Danke, ich weiß Bescheid. Der nächste Redner ist soweit. Ich bin Torette-Erkrankter mit Oralsex-Rätisch. Meine Freunde finden meine Ex geklisch. Sie hörte mich auf Brüllen und war schon nackt. Sie stand auf Okal im Sexualkontakt. Ich machte mir keinen Kopf. Und nun mein Ding muss ich fing an zu schreien. Und dann gab's Tunilingus. Danke, ich weiß Bescheid. Der nächste Redner ist bereit. Ich bin Torette-Erkrankter mit Brechdurchfall. Meine Freunde finden mich recht normal. Denn sie sind nicht gerade Sexgehemmte. Sie lieben seit Dekaden Experimente. Ihre Perversion ist ziemlich groß. Und bei Swingapartys schieß ich los. Darüber macht man keine Witze. Darüber macht man keine, keine Witze. Das ist möglich, aber ich bin Torette-Erkrankter. Ah, danke. Untertitelung. BR 2018